Willkommen in der Altstadt Strade. Verwinkelte Gassen und beeindruckende Fassaden zeichnen die Hansestadt am Schwingellauf aus und versetzen die Besucher immer wieder in Erstaunung. Wo früher Hanseschiffe entladen wurden, finden sie heute einladende Cafés direkt am Wasser. Für einen kleinen Einkaufsbummel sind sie in Strade genau richtig. Die großzügige Fußgängerzone lockt zum Bummeln und Flanieren. Entdecken Sie dabei die vielen kleinen Geschäfte in der wunderschönen Altstadt. Lassen Sie sich verzaubern von malerischen Fachwerkhäusern und entdecken Sie die schönsten Plätze des von Wasser umgebenden Stadtkerns bei einem Rundgang durch die Altstadtgassen. Am besten Sie entdecken selbst den Reiz der bezaubernden Hansestadt am Elbstroh. hat sich indem Sie die wichtig trucks zum Bummeln und hohen von ist heute